In meiner Meinung ist es sehr wichtig, dass wir in den Staaten leben. Die waren vorher ein kommunistisches Diktatorship. Es ist sehr wichtig, dass wir Christen sein können. Wir können an der Straße gehen und sagen das Evangelium und zusammen singen. Wir reden die Bibel öffentlich an der Straße und als Gemeinden und Kirchen zusammen. Das ist sehr, sehr schön für uns, dass wir das so leben können. Dass wir Freiheit, Religionsfreiheit haben. Und ich denke, dass eine schöne Zukunft uns vielleicht zeigt. Ich denke, dass wir das so leben können. Ich denke, dass wir das so leben können.